Servus, Erich! Was glaubt ihr, was passiert ist? Angerufen haben sie mich. Ja, da gibt es jetzt, wir wollen das machen nächstes Jahr 2024, eine Fußboden-Weltmeisterschaft oder Olympiade sogar, glaube ich. Da ist mir gleich der Blei angefallen. Ja, sicher wird uns angemeldet. Ja, da gibt es Aufnahmesachen, da musst du 100 Quadratmeter Fußboden ein Tag legen und wenn wir das geschafft haben, sind wir dabei. Das schaffen wir locker, Erich. Da geben wir Gas einmal. Wir müssen aber zum Trainieren anfangen. Ja, gleich trainieren. Ja, sicher gleich. Was musst du warten? August, September ist schon. September, Oktober, November. Die Olympiade ist bald da. Na, Erich, da musst du aufhören auf der Baustelle. Ok, passt. Dann kommst du gleich her. A Knie schon, da brauchen wir kaum, wir müssen auch nicht trainieren, weil ich glaube nicht, dass wir da so einen Schutz nehmen dürfen und so. Passt, bis gleich, Erich. Super, tschüss! So, Erich, wir fangen jetzt einmal an mit der ersten Disziplin. Du schneidest das Brille jetzt an auf 50 cm. Auf die Plätze, fertig, los! Na, sehr heiß. Messel? 46 cm. Ehrlich, das ist um vier Zentimeter zu kurz, das steckt wieder einmal die Sesselhäste an. Okay, Alter. Ja. Ok, passt. Du, das schreib doch weg, das musst du auch mal selber immer, ehrlich. Du, ich habe keine Zeit, dass ich da jetzt mit dir das trainier. Äh, äh, drei Zentimeter. Messner? 29,9. Ok, Glickhaut. Dann müssen wir da üben, dann müssen wir da üben. So, Hirtz, Sit-Up, eine Kniebeuge, nicht eine Sit-Niebeuge. Eine Kniebeuge, eine Kniebeuge. Aufhe, runter, ja, runter, aufhe, schneller. Und Hirtz, ein Hirnschlag am Fußballbrill. Hirnschlag. Achso, ein Hirnschlag, doch. Nein, nicht so, ein Hirnschlag. Ganz schon, Hirnschlag, Hirnschlag. Hirnschlag. Limein, Limein. Längsschlag, Hirnschlag. Du musst dir vorstellen, ehrlich, fiktiv liegt da das Fußballbrill. Achso. Und du schlagst jetzt fiktiv aufs Hirn drauf und dann, das ist ein Längsschlag, meinst du der Längsosbrill. Ok. Auf die Plätze. Liegestütz, Liegestütz, schnell, Liegestütz. Ah, geht's schon, geht's schon. Handstand. Nein. Handstand. Hirnschlag. Nicht, du, 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 du musst das Brill da quer. Achso. Da musst du fiktiv vorstellen, da liegt das Brill. Längsschlag, Längsschlag, Längsschlag. Hier, Hirnschlag. Ein Riedberger, Riedberger, kannst du einen Riedberger? Nein, ich weiß nicht, was das ist. Geht's schon, Hirnschlag, Hirnschlag. Was? Du wüsstest an der Liedberger, ich weiß gar nicht, was das ist. Es wurscht, geht's schon. So, und jetzt ein Sit-up, Sit-up. Nicht, dass der Liedler liegt, stütz, Erich. Sit-up. Moment. Sit-up, auf, Ove. So, und jetzt Leim, Leim. Längsschlag, 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 Längsschlag. Brettleimen. Leim wegwischen, Leim wegwischen. Nicht wirklich Leimen. Ja, das ist fiktiv. Okay, Hirnschlag, Hirnschlag. Längsschlag. Längsschlag. Sit-up. Liegen. Nein, bei dir müssen wir noch viel üben. Das ist alles zu langsam. Das geht nicht. Ich rede jetzt schon, da müssen wir echt einen Boden legen, Hirn. Stütz, Kopfstand, Kopfstand. 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 Was ist das? Schönen, Schönen, Schönen. Schönen, Schönen. Nein, gestern haben wir keine Zeit gehabt zum Reden mehr, aber ich kann dir nicht eins sagen. Das wird man so viel trainiert, wenn man sich auszahlt. Gut. Wir haben den Boden gelegt, die 100 Quadratmeter, wie lange man braucht? Sechs Stunden oder was? Und da hätten wir noch zwei Tage Zeit gehabt. In sechs Stunden haben wir dann gelegt. Ja, mir tut alles weh. Ja. Nein, ich bin gespannt jetzt auch, bei der Olympiade. Was hast du gesagt? In Sydney ist das Ganze. Ist der? Nein, ich freue mich schon. Nein, ehrlich gesagt, wir sind wirklich gut geworden. Passt. Bist du auch in Sydney? Ja, ich fliege privat. Ja, sicher. Tschüss. Servus. Servus, Erich. Wer ist jetzt halt dort angerufen wegen der Olympiade in Sydney? Da gibt es keine O, die Nummer gibt es nicht. Keine Ahnung. Ja. Jetzt haben wir deinen Fußball dort umsonst gekickt. Oder was haben wir dir jetzt für einen angehalten, Erich? Weißt du noch, wo das war? Ja, nicht mehr. Ich habe ja gesagt, die Augen zu, ich bin dabei hinfahren, das ist komisch gewesen. Ach du Scheiße. Ja, komm, ich bin ehrlich. Sofortschrugelu Three, sinus Wir jack buttonft, Das war ein told wie Mieter auf wir sind sinnfrei. Vielen Dank.